Du hast beim Hängen manchmal Beschwerden in deinen Händen? Naja, das kommt daher, dass du es nicht gewohnt bist. Und ganz ehrlich, es ist nicht wirklich ein Schmerz, es ist unangenehm, es ist ein wunderbares Brennen in der Hand. Doch das musst du gar nicht aushalten. Versuch vor allem deinen Griff zu variieren, versuch an verschiedenen Objekten zu hängen, versuch an verschiedenen Möglichkeiten zu hängen, schnapp ein Handtuch drüber, häng vielleicht nur mit den Fingern dran. Arbeite einfach ein bisschen drumherum und versuch trotzdem weiterzumachen. Nummer zwei, wenn du abends in der heißen Dusche bist, nimm einen Bimmstein, nimm eine Hornhautpfeile und mach die oberste Schicht ganz leicht weg. Das nimmt schon mal die Spannung raus. Dazu noch eine gute Creme ohne Mineralöle, die versorgt dir heute mit Feuchtigkeit und dann geht es schnell wieder bergauf. Du kannst natürlich auch Handschuhe anziehen oder Riemen drum packen oder irgendwas anderes ausprobieren. Finde einfach einen Weg, hör nur nicht auf zu hängen.